Hallo, ich heiße Kevin. Ich möchte Ihnen jetzt meine Schule und die Internetschule begleichen. Ich bin seit zweieinhalb Jahren auf dem Norbert College und wir hatten letztes Jahr fast eineinhalb Jahre lang Online-Schule. Ich komme zur Schule um 7 Uhr. Die Schule hat acht große Gebäude. Diese ist meine Klasse. Es ist in Gould gebaut, neben der Cafeteria. Unsere Klasse hat ein Smartboard und gutes Internet. Über meine Klasse haben wir eine große Bibliothek, die ich leibe. Außerdem haben wir unsere Labors, wo wir unsere Chemie und Biologie verkehrt haben. Der Unterricht fängt um zehn Uhr acht und endet um fünf Uhr halb vier. Wir haben neun Stunden pro Tag. Die Pausen sind zehn Minuten. Wir bekommen gutes Essen in dieser Mensa. An der Schule haben wir 100 AG zur Auswahl. Deshalb habe ich drei AGs nach dem Unterricht. Wir haben verschiedene Freizeitaktivitäten erwartet und nach der Schule. Jetzt werde ich über die Internetschule sprechen. Ich habe meine Klasse in diesem Raum. Er ist komfortabel. Das Internet hier ist schlechter als in der Schule. Der Stundenplan war eineinhalb Stundenkurse als in der Schule. Der Unterricht hat um zehn Uhr acht angefangen und hat um zwanzig Uhr drei geendet. Zuhause schlafen und sitzen in der Pause. Die Freizeitaktivitäten und die AGs waren beschrankter als in der Schule. Ich hatte zwei AGs in der Internetschule. Aber ich habe die AG und Freizeitaktivitäten von meinem Haus gemacht. Ja, unsere Schule hat mehr Freiheit als die Internetschule. Aber es hat auch mehr Aufgaben. Ich hatte mehr Freizeit in der Internetschule als in der Schule. Deshalb konnte ich wellness machen. Aber auf der anderen Seite meine Freunde und Freundinnen zu sehen ist auch sehr gut. Ein anderer Vorteil der Internetschule ist, dass wir nicht mit dem Schulbus fachen müssen. Deshalb konnte ich lange schlafen. Aber in der Schule können sich meine Freunde mehr konzentrieren als in der Internetschule. Also können wir im Unterricht besser lernen. Aber ich hatte keine Konzentration und Probleme beim Online-Unterricht. Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Internetschule am besten ist. Internetschule ist für mich der beste Lernplatz.